Mein Name ist Christian Winter, ich bin Konzertgitarrist und komme aus dem schaulichen Tönesberg bei Kemp. Der Titel meiner CD, O Cara Harmonia, bezieht sich auf eine italienische Übersetzung der Arie Das klingelt so herrlich, ist der Oper Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Fernando Sor verwendete diese Melodie als Thema für seine Variationen Op. 9, mit denen die CD eröffnet wird. Für mich persönlich ist eben dieses Werk eine wunderbare Brücke zwischen dem großen Schaffen Mozarts und der wunderbaren Vielseitigkeit der klassischen Gitarre. Wirklich übersetzt heißt O Cara Harmonia auch O Liebe Harmonie und wer danach sucht, wird in den vielen bezaubernden Werken, die für die klassische Gitarre hinterlassen wurden, sicherlich fündig werden. Vielleicht auch auf meiner CD. Bis zum nächsten Mal. Amen.